Ja, moin Leute und willkommen zurück hier bei A Way Out. Ja, beim letzten Mal haben wir ja einen typischen Cliffhanger hier hingelegt. Und haben euch mit der Entscheidung allein gelassen. Aber heute geht es hier natürlich weiter. Ihr dürft gespannt sein. Ja, was machen wir hier? Du musst, glaube ich, entscheiden, ne? Nein, du. War ich dran? Echt? Ich glaube, vor dem Krankenhaus hatten wir irgendeine Entscheidung, wo ich das dann hatte. Ich weiß nicht mehr, was das war für eine Entscheidung. Ja, Flugzeug landen, dann müssten wir wahrscheinlich noch durch den Dschungel jumpen, ne? Ja, wahrscheinlich ewig lang laufen. Oder lieber gleich abwerfen. Deine Entscheidung. Aber dann lieber gleich abwerfen, oder was? Oh, schade. Okay, okay. Ich meine, wie hart kann das sein, oder? Nichts Worte. Du wirst es herausfinden. Ich warte runter. Hey, das ist nicht sogar lustig. Relax. Ich zeige dir die Basis bevor wir gehen. Ja, du bist besser. Du bist jetzt kassierig? Was? Nein, egal. Ich zeige mir die Basis. Ich habe das. Gut. Emily, ich werde die Energie. Okay. Ich komme euch mit 10 Uhr holt, das Logbuch. Zapfen entfernen. Zapfen entfernen. Ach, krass. Was dann? Ähm, weißt du, ob du es mitbekommen hast? Er hat gesagt, der Vietnamkrieg geht weiter. Dann weißt du ja, an welcher Zeit das spielt. Bye, guys. Oh. In den 60ern. Ich habe mich schon gewundert, warum die Karten so aussehen, wie sie aussehen. Ja, ich auch. Ich habe so, okay, warum fahren die alle so durch die alten Autos und so. Ja. Was habe ich denn jetzt hier? Kommst du her? Was ist denn das hier? Hast du es gesehen? Er hat es wieder reingeworfen. Wie geil. Komm mal zu mir. Ja, ich komme zu dir. Arcade oder was ist das? Ja. Irgendein Arcade oder so. Keine Ahnung. Ja, beruf dich, Alter. Tanken können wir immer noch. Grenade. Schau, was ich gefunden habe. Was hast du hier? Ich weiß nicht, ein Spiel oder was. Okay. Ja, lass uns gehen. Ich werde dich ausfallen. Okay. Springen. Gott. Ich bin ein fucking Pro, Mann. Okay. Oh. A und D bewegt sich nach links und rechts. Ja, stimmt. Du musst den Baller dieses Mal kriegen. Okay. Oh, das ist voll, voll. Oh, da bräuchte ich so ein schönes Konsolending. Die hat so einen Controller. Oh. Gar nicht so leicht. Nee, es ist voll schwer, ey. Es sieht so simpel aus, aber... Voll der Fehl, Alter. Junge, 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 Junge. Komm, ein noch. Nein. Zu mich, okay. Yeah. Rüber. Rüber. Ja. So, noch ein Punkt. Ich hoffe es. Die Rache für vier gewinnt. Na, na, na. Oh, nein. Ah, ja, schade, naja. Okay. Machst du den Zapfhahn am Flughafen weg? Hast du das Logbuch? Ach, das hattest du schon gefunden. Ah, okay. Tor aufmachen. Das müssen wir beide da machen wahrscheinlich, oder? Mhm. Ich komm. Okay, braucht noch einer, okay. Machst du den Zapfhahn weg? Ach so, ja, dann mach ich den Zapfhahn weg. Mach das Tor auf. Er zieht den einfach so ab. Nee, ich hab ja schon zugedreht den Zapfhahn. Ich muss ja erstmal hier Kontrolletti machen. Remove before flight hier, ob das hier irgendwo dran ist. Ja, das ist der, äh, das ist der Luftdrucksensor beim Flugzeug sein. Den musst du vorher immer den Sensor freilegen. Und wenn du das im Hangar parkst, musst du den wieder drauf machen. Okay. Ich kenne mich aber absolut nicht aus. Mhm. Darauf zu wissen, dass es solche Details hat, die mal gibt. Ja. Ja, ich, äh, bin schon öfters privat. Geflogen, daher weiß ich das. Da, um mal überlegen, einen Flugschein zu machen. Also, einen Plotenschein. Ist halt teuer, ne? Oh ja. Also, der... So für Cessna und so, die Klasse. Das ist, glaube ich, PPA, P, PPA oder so. Ja, so 18.000, 15.000 bis 18.000. Ach, du Scheiße. Guck mal, jetzt sind wir wieder an dem Flugzeug. Ja. Du bist nervös? Nein. Du? Ein bisschen. Nur genug, um mich zu fokussieren. Du weißt, das ist gut. Ja. Du weißt, ich habe mir gedacht, über Ihre Situation mit Ihrer Frau. Ich könnte mir eine Lösung für Sie. Okay. Du weißt, ihr solltet ihr ein Buch. Was? Du weißt, ihr solltet ihr ein Buch. Du weißt, ich will nicht interferieren. Aber ich hatte eine andere Situation mit Linda. Ich versuche, ihr ein Buch. Und es funktioniert. Ich versuche es alles, und sie mir eine zweite Chance. Du weißt, ihr solltet ihr, ihr solltet ihr, ihr solltet ihr, ihr solltet ihr, ihr solltet ihr? Ich meine, ich meine, natürlich ist es gut für euch. Ich meine, ich meine, ich sage, dass es für mich funktioniert, aber es muss nicht... Du weißt, ich sage, ich sage, ich sage, das war eine gute Sache. Das ist alles. Du weißt, du weißt? Es geht nicht darum, dass man nicht schreiben kann, sondern, ne, was man, der Inhalt. Was für Spaß. Ich will einen Schönenbekämpfchen, ne, Backup. Es gibt immer einen Backup. So wenn der dann versagt hat, der Arschkarte. Ja, Dennis, äh... Einfach rausgefärft. Oh, Schade! LOL, das erinnert mich so ein bisschen an, ähm... Ich bin okay. Tschüss. Vincent! Vincent! Warum schaue ich die Karte? Scheiße! Was? Was? Oh Gott, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da oben noch! Ne, das ist Schluckzeug. Wo zum Fick bist du? Bist du der grüne Punkt? Also ich schlag glaube ich schon gleich auf. Ach da! Da ist doch der grüne Punkt. Ich muss mal näher an dich rankommen. Oh, 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 oh. Ich kam nicht an dich ran. Ich habe nicht gewusst, dass du der grüne Punkt bist. Ja, das war irgendwie... Muss ich genau die Sekunde verpasst haben. Ich habe nämlich noch gedrückt und genau in dem Moment muss das Symbol weggegangen sein. Ich habe es ausgereiht. Ich glaube das ist mit Absicht. Echt? Ja, denke ich. Ach so, dann gleich nochmal. Weil die Dings wurde mir schon angezeigt, dass ich da linke Maustaste drücken muss. Mit S kannst du ja den verlangsamen, ne? Das ist echt so gewollt. Ja, klar. Ja, ich zweifle ja mal an mir selber, dass ich was verpeilt habe. Ja. Komm schon. Kuscheln. Kuscheln. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Das ist nicht richtig festgemacht worden, der Rucksack. Das ist fehlerhaft. Hm. Aber jetzt ist meine Schotten weg. Hm. Ich denke, die haben wir noch. Die waren im Rucksack dran. Das stimmt. Okay, okay. I fell down. I was young. Happy? I wanna know more. Fell down from what? Come on, man. Fell down from what? Fell down from what? I fell down from a fucking tree and broke my arm. No. Never ask him questions. That's it? You broke your arm? What do you mean that's it? I was eight years old. Did you cry? Okay, I've had enough. I'm letting go if you keep asking those stupid questions. Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man. No, you don't. Ja, dann landen wir doch einfach mal. You got me? Yeah, I got you, Leo. Don't fucking drop me. Just hold on to me, okay? I mean it, don't drop me. I won't. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy, you're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. Oh shit. Du hast doch entschieden, dass wir das machen, ne? Hm, ja, ja, stimmt. Oh, das ist wieder oben und unten. Okay. Okay. Ja, dann einmal wieder Räuberleiter. Hey, 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 hey. Bleib hoch, wir flanken sie. Ja, du hast das Problem mit der Ferne, ne? Und Schrotwinde. Ja. Schön, dass die Feinde einfach so ein rotes Zeichen über sich haben. Ja. Na komm. Der zeigt sich nicht. Nee. Jetzt vielleicht? Geh mal ein bisschen näher ran. Na? Na komm, zeig dich. Das ist tot. Ich glaube das waren alle, ja. Sehr gut. Ach nee, die kann man nicht looten. Ja, hätte ja sein können, dass man da noch was mitnehmen kann. Ja, deswegen bin ich auch erst hingelaufen. Ah, okay, hier geht's weiter. Ohohohohohoho. Was ist der denn? Ja, mein, sieht den von mir aus nicht. Müsse ich nicht. Muss warten bis ich oben bin. Ah. Ah, da. Ah, jetzt. Okay, das Symbol war irgendwie nicht da. Oder? Das war ein Problem nicht. Ich seh, ich seh den nicht. Ne? Gibt sich zu verschwommen grad. Aua. Ach, da oben ist der. Ne. Ich glaub, man kann den von mir aus nicht treffen. Einfach durchlaufen. Dass er so versteckt ist, ne. Sniper sieht dich, aber du siehst die Sniper nicht. Aua. Ops. Er zieht grad auf mich. Nein, geh doch rein, Mensch. Mhm. Kenn ich nicht. Kann ich nicht machen grad. Ah, hier ist leider. Okay. Hallo, ich bin hinter dir. Aufschluss. Was? Ja. Ich bin von der Leiter gefallen. Jetzt kannst du durch die Tür da vorne nehmen, deswegen. Oh. Oh mein Gott. Ach Gott. Was? Ja, ich darf jetzt hier ein bisschen umsnipern. Ein paar Headys verteilen. Ui. 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 Noch irgendeiner? Ich kann nicht schießen, warum denn nicht? Ich glaub das ist weiter nichts. Oder? Ne, ich glaub das war's. Oh. Oh. Das kommt noch mehr? Ah. Au. Ah, die Entdeckung ist weg. Schieß halt ihm durch die Entdeckung. Ist mir auch egal. Wo geht's hier rein? Nirgends rein, ok. Na, treffen wir uns jetzt wieder. Ah. Ich muss wieder helfen. Hä, den hätt ich doch treffen müssen. Ist so ein Tod. Kann's weiterlaufen. Ah ja. Leo still needs my help. Ups. Hm. Leo still needs my help. Boah, wie der die... Ah, jetzt hab ich eben schon überfaschen gehabt. Hä, brauchst du noch Hilfe? Heilshit. Hörste. Noch einer. Huch. Hä? Wo kommt der denn her? Hallo, schieß doch. Was? Wo bist du? Fuck. Aua. Verdammt. Nein. Die sind auf einmal oben bei mir gespawnt. Hä? Das war's nicht schnell genug. Ich war ultra verwirrt einfach grad. Okay, muss ich ganz... Hä? Sehr schön. So, jetzt geh weiter. Ich geb dir weiter Entdeckung. Einfach die ganze Zeit. Ich bin der mit der Sniper. Ablandetrieben. So, bitteschön. Ah, ist er schon weg? Ah ja, okay. Ja, er ist weg. Wie gesagt, ich geb dir Deckung. Ne, du nicht. Den seh ich nicht. Na, komm ich nicht hin. Kann ich durchs Sack schießen. Den musst du erledigen. Ah, der bewegt sich. Hahaha. Von dir und von mir. Ja, ich glaub das gleichzeitig war das zusammen. Oh, oh. Muss ich doch den Cop treffen, sag mal. Na komm, schaffst du. Ist wieder so einer, der noch da ist, wo ich nicht hinziehen kann. Einfach näher rangehen. Ne. Wie lieber wegfliegen. Ah. Okay, ich komm nicht rum. Ich glaub das war sein Schritt. Bin mir nicht sicher. Soll ich das nochmal kontrollieren? Warte. Warte. Nochmal nachfühlen, ne? Ich kann man so schwer sehen. Oh, 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 oh. Was sind die? Komm. Ach Gott, die sind hinter. Ah, da kann ich nicht hin. Da ist eine unsichtbare Wall, Alter. Verdammt. Ah, drei Schuss. Wie viel hält der denn aus? Sag mal. Warte mal, wie gut du triffst. Naja, ich geh jetzt mal davon aus, wenn die im Weißen sind. Also in dieser weißen Zielmarkierung, dass die dann halt... Ups. Dass die dann halt... Dass ich dann schon treffe. Jetzt kannst du einfach laufen. Einfach rein. Ja. Hast du... Du hast auch getroffen, aber die ne? Hat mehrere Schüsse ausgehalten. Ja. Von einem Schuss stirbt man nicht unbedingt immer. Hier sind in vielen Spielen halt manchmal so dämlich. Ich schieße ihn 50 mal einen Fuß und dann stirbt dran. Denkst du auch so. Hä? Man muss das einfach akzeptieren. Geh dr... Geh? Achso, ich muss hier rufen. Wir sind mal bei 20 Minuten und es passiert keine Katze und so alles. Ne. Das können wir nutzen, ne? Würde ich sagen. Ja. Ja, Leute. Wie es hier im Dschungel dann beim nächsten Mal weitergeht. Das seht ihr in der nächsten Folge. Wir bedanken uns wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Und wie immer nicht vergessen natürlich auch den lieben Hiski besuchen auf seinem Kanal. Toller Content. Kann ich euch nur empfehlen. Schaut auch unbedingt bei Twitch mal vorbei. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio.